Herzlich Willkommen zu 10 Ideen für den Unterricht mit LEGO Education StoryStarter. Mein Name ist Karin Schnier vom LEGO Education Team Deutschland und ich zeige Ihnen in mehreren Einheiten, wie toll Sie LEGO Education StoryStarter für den Deutschunterricht nutzen können. Jede unserer Aktivität besteht aus einer szenischen Einführung, aus einer Bauphase und aus dem Prozess des Präsentieren und Dokumentieren. In unseren Unterrichtsmaterialien finden Sie ausführliche Hinweise zu jedem einzelnen Punkt des LEGO Education Lernkreislaufs. Heute geht es um ein bekanntes Thema aus dem Deutschunterricht, Fortsetzungsgeschichten. Das Beispiel, was wir hier haben, da geht es um eine Spinne und eine kleine Katze, Kitty. Sie können das natürlich je nach Klassenstufe unterschiedlich erzählen, aber in diesem Fall lebt nun diese böse Spinne im Wald. Und die kleine ängstliche Katze hat die Aufgabe, eine geheime Mission im Wald zu lösen. Was wird sie dort erleben? Wie wird sie es schaffen, ihre Angst zu überwinden? Was werden ihre Abenteuer sein? Das sind die Fragen, die sie mit ihren Kindern haben. Ein Anfang, eine Mitte und ein Ende zu bauen. Und da haben Sie nicht nur die Spinne und die Katze zur Verfügung, sondern jede Menge Kleinteile, Teile, die man auch aus dem Kinderzimmer kennt, aus dem Schulzimmer, Teile, die im wirklichen Leben wiederzufinden sind, aber auch viele Baustellen, denn manchmal muss ich ein bisschen kreativ werden, um etwas zu bauen, wofür ich eventuell kein festes Bauteil habe. Und wie Sie hier sehen, haben Kinder meine Geschichte schon mal weiter erzählt. Die kleine Katze ist offensichtlich auf dem Weg in den dunklen Wald und da ist die böse Spinne. Aber was sie noch nicht sieht ist, ich glaube, hier wurde so ein Helfer gebaut. Was Sie sehen ist, dass es jetzt richtig Spaß macht anzuschauen, was Kinder selbst hier entdeckt haben, erzählt haben, erfunden haben. Und vor allen Dingen haben die Kinder etwas, worauf sie stolz sind. Das ist ihre eigene Geschichte. Nun wollen sie im Deutschunterricht selten nur bauen. Sie wollen auch damit arbeiten, Fortsetzungsgeschichten. Wie gehen wir da jetzt weiter? Sie haben das in der Einführung schon kennengelernt. Wir haben die StoryStarter Visualizer Software. Und mit der Software können die Schüler nun ihr Modell nehmen und aus der Perspektive, aus der sie das gerne sehen wollen, fotografieren. Sie machen ein Foto und dann haben sie Möglichkeit, hier in der Software ihre eigene Geschichte zu gestalten. Was lernen denn Kinder in so einer Geschichte? Sie lernen in erster Linie eine eigene Geschichte zu erfinden und ihre eigenen Ideen auszudrücken. Sie lernen, Spannungen zu erzeugen. Sie lernen, sich eigene Orte auszudenken, Personen zu charakterisieren und sie anderen zu präsentieren und schriftliche Worte dafür zu finden. Ich hoffe, dass Sie viel Freude haben, das in Ihren Unterricht zu übernehmen. Sie können auch gerne auf unserer Webseite einen Blick auf unsere Testversion werfen. Und Sie finden dort ein Arbeitsblatt, welches Sie gleich nutzen können. Vielen Dank und freuen Sie sich auf noch weitere Ideen für den Unterricht mit Lego Education StoryStarter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.